Ja, das ist ein großer Tag für Sonno. Das markt den Milestone, der Solar auf jedes Fahrzeug zu setzen. Insgesamt ist es natürlich spannend, dass unsere MVG und unser Verkehrsunternehmen hier jetzt zusammenarbeitet mit einem expliziten Münchner Unternehmen, das ja auch schon lange kein Start-up mehr ist, aber mal eins war und das ich schon persönlich sehr lange begleite und das ich eben kenne als wirklich hochtechnologisches Vorzeigeunternehmen. Und ich glaube, diese Kombination, die ist so spannend und deswegen haben wir als Landeshauptstadt ja das Projekt auch zu 100 Prozent gefördert, damit wir hier die besten Synergieeffekte erzielen können. Als Münchner Verkehrsgesellschaft freuen wir uns natürlich über eine Zusammenarbeit mit einem Münchner Unternehmen, mit einem erfolgreichen Münchner Unternehmen und letztendlich, ja, das Konzept von Sonomotors hat uns auch überzeugt. 20 Solar Modules, semi-flexible, still with glass on top. Wir haben also zwei unserer sehr speziellen Power Electronics, oder MCUs. Wir haben mehr oder weniger 13 m² installiert. Das ist ein Bus-Trailer, eigentlich, für Passengers, von Gürtel. Und ja, das ist das, was wir bekommen auf diesen Bus und diese Technologie, mit natürlichen TÜV-Approval, weil wir das Fahrzeug auf der Straße fahren können. 2,000 Tonnen von CO2, wir können für ein Jahr, mit der Lösung, und das ist genau das, was wir wollen. Wir haben eine Mission, zu setzen auf jeder Fahrzeuge, um unsere Vision auf einem Weltraum ohne Fossilfäulen zu erreichen. Gerade auch die nächsten zehn Jahre wird hier der Bus im Bereich der Landeshauptstadt München eine ganz, ganz besondere Rolle letztendlich spielen, gerade auch im Rahmen der Elektrifizierung. Alle Projekte zahlen auf das Hauptziel, nämlich eine gute Verkehrswende gestalten zu können, ein. Um die Klimaneutralität 2035 für ganz München zu erreichen, müssen wirklich alle Bereiche wie Zahnräder ineinander laufen. Das ist wirklich ein Gesamtprojekt für unsere ganze Stadt und für alle Münchnerinnen und Münchner.